Was geht ab Pyrus? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar die 19 Schüsse von Pyromax. 19 Schuss, 30 Millimeter und die Batterien könnt ihr für zwischen 25 und 30 Euro erwerben. Wirklich sehr, sehr geile Teile. Die alle, die jetzt hier am Thumbnail sind, habe ich auch alle über die letzten Jahre gezündet und ja, gezündet wird hier einmal die Viz, die Volta, die Ventus, die Crux, die Ignis, die Rock und die Impulse. Es gibt wahrscheinlich noch andere 19 Schuss, 30 Millimeter, aber die hier sind wirklich sehr, sehr geil und die ich auch selber gezündet habe. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir starten einfach rein. Ab geht's. So, jetzt gibt es für euch die Volta von Pyromax. Ab geht's. Volta Pyromax. Sehr edel, das Teil. Pyromax Impuls. Und da letztlich Ventus Pyromax Impuls. Und da letztlich Ventus Pyromax. sehr, sehr fein. hoch hoch Das. hoch Fuld 32 движungs. Da wird Krux Pyromax. hoch und da wird Krux Pyromax. hoch 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 Rock von Piromax. Wiss 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 von Piromax.